Abduzieren Von der Längsachse wegbewegen Abflachen Sich Flach Geringer werden Zum Beispiel der Atem Leicht und kurz werden Das Abführmittel Den Stuhlgang beschleunige in dies Mittel Laxativum Die Abgeschlagenheit Subjektives Gefühl einer allgemeinen Leistungsschwäche aufgrund Physiologischer oder pathologischer Ursachen Die Abstinenz Enthaltsamkeit Enthaltung vom Alkohol Der Abstrich Entnahme von Absonderungen der Schleimhaut oder von Wunden für eine mikroskopische oder bakteriologische Untersuchung Abstützen Sich Halt geben Zum Beispiel mit den Armen Abtasten Vorsichtig mit den Händen absuchen Der Abuses Missbrauch Missbräuchliche Verwendung Abwischen Etwas durchwischen säubern Putzen Der Achillissinnenreflex Triceps-Uri-Reflex Die Achsel Höhle zwischen Brust, Oberarm und Schulterblatt Die Achselhöhle Die Grube unter dem Schultergelenk Hautfalte zwischen Brustwand und Oberarm Das Aerosol Unsichtbare, feste oder flüssige Schwebstoffe in Luft und Gasen Das Aorten am Neurysma Aussackung der Hauptschlagader Der After Anus Die Allergie Überempfindlichkeit gegen bestimmte Stoffe Die Alopezie Kahlheit, Haarlosigkeit Amputieren Einen Körperteil Besonders ein Bein Einen Arm Operativ abtrennen Analgetisch Schmerzstillend Die Anamnese Vorgeschichte einer Krankheit Angaben über frühere Krankheiten und über Erkrankungen in der Familie Die Anästhesie Ausschalten der Schmerzempfindung durch Narkose oder lokale Schmerzbetäubung, z.B. bei Operationen Fehlen von Schmerz Der Anfall Ausbruch Plötzliches Auftreten einer krankhaften Erscheinung Die Anaisokorie Pupillendifferenz Unterschiedliche Pupillenweite Der Anlass Etwas, wodurch eine Handlung, Haltung, ein Vorgang ausgelöst wird Anschwellen Dicker werden, an Umfang zunehmen Anspannen Straf machen, z.B. Muskeln Das Antigen Artfremder Eiweißstoff, der im Blut von Mensch und Tier die Bildung von Antikörpern anregt Antipflugistisch Entzündungshemmend Antipyretisch Fiebersenkend Anwinkeln So biegen, dass es einen Winkel bildet, z.B. den Arm, das Bein Diapentectomie Operative Entfernung des Wurmfortsatzes Blinddarmoperation Das Archiv Geordnete Sammlung von Schriftstücken, Dokumenten, Akten Die Armbeuge Innenseite des Ellenbogengelenks Die Armvene Vena brachialis Aufrufen Den Namen eines Einzelnen aus einer Menge zu einem bestimmten Zweck Laut Rufen, z.B. Patienten einzeln Der Augeninnendruck Physikalischer Druck auf die Augeninnenwand Tensio Ausleeren Einen Behälter, ein Gefäß leer machen Die Ausscheidung Ausgeschrittenes Produkt des Stoffwechsels, z.B. Harn, Kot Der Auswurf Sputum Asthenisch Schlankwüchsig Die Atemnot Dispnue Axelar Die Achselhöhle, Axelar, betreffend Die Ballaststoffe Plural Kaum verwertbare, pflanzliche Bestandteile der Nahrung, die der Anregung der Darmtätigkeit dienen Die Ballon-Dilatierung, aufdehnung eines Gefäßes oder Hohlorgans mittels Ballonkatheter Bandagieren Bandagieren Mit Bandagen umwickeln Die Bandscheibe Knorpelverbindung zwischen zwei Wirbeln Der Bandscheibenvorfall Herniertes G-Intervertebralis Der Bauch Abdomen Die Bauchdecke, die beim Menschen vordere Begrenzung des Bauches Die Bauchspeicheldrüse Die Bauchspeicheldrüse, Pankreas Die Beatmung, künstliche Belüftung der Lunge Der Becher, hänkelloses Trinkgefährs Das Becken, Pelvis Der Beckengürtel Fest mit der Wirbelsäule verbundenes Stützgerüst bei, vierfüßigen, Wirbeltieren Der Beber Piepser, kleine Anlage, mit der Personen durch einen Signalton gesucht werden Der Befund Ergebnis einer Untersuchung Die Beklemmung Bedrücke in dies, ängstliches Gefühl Die Benommenheit Leichteste Form einer quantitativen Bewusstseinsstörung Die Bereitschaft Sofort zur Verfügung stehen Beschriften Etwas mit einer Aufschrift, einen Zusatz versehen Die Beschwerde Körperliches Leiden, Schmerz Bestreichen Etwas auf etwas streichen Die Betäubung Zustand der Empfindungslosigkeit bei operativen oder diagnostischen Maßnahmen Der Bettbezug Aus wechselbare Hülle aus Stoff, mit der ein Federbett oder eine Steppdecke bezogen werden Das Bettlaken Das Bettlaken Auch, Betttuch, großes Tuch, das über die Auflagematratze im Bett gelegt wird Das Bettnässen Unwillkürlicher Harnabgang im Schlaf, eh nur eh siehst nocturna Der Bettzeug Der Bettzeug Bettwäsche, Deckbetten, Steppdecken, Kissen Beugen, sich Sich nach unten biegen, aus der aufrechten Stellung in eine nach vorn oder unten geneigte übergehen lassen Bevorzugen Bevorzugen Für etwas oder jemanden eine Vorliebe haben, mehr Gefallen finden als Die Bewusstlosigkeit Verlust des Bewusstseins Beziehen Etwas mit einem dafür vorgesehenen Stoff, Überzug versehen, mit frischer Bettwäsche versehen Das Bindegewebe Gewebe, das den Körper stützt und die Räume zwischen den Organen ausfüllt Die Blähung Vermehrtes Auftreten von Gasen in Magen und Darm, Flatulenz Die Blase Harnblase Vesicaurinaria Die Blasenentzündung Entzündung der Harnblase, Zestiteis Der Blasenkatheter Zur Harnblasenkatheterisierung und zur Harnableitung Der Blasenstein Zystolid, Calculus Vesica Blas, Aussehen Nicht die natürliche menschliche Gesichtsfarbe haben Der Blinddarm Intestinum Zecum Blutfett Lipide im Blut Die Blutgerinnung Koagulation Die Blutung Hämorragie Der Brechreiz Das Gefühl, erbrechen zu müssen Der Brei Dickflüssig gekochte Speise Der Brustkorb Die knöcherne Umhüllung der Brusthülle mit Brustbein, Rippen und Brustwirbeln, Thorax Die Brustwirbelsäule Die Brustwirbelsäule Dorsalvertebrä, Thoracicvertebrä Die Bürste Gerät mir Borsten zum Reinigen und oder Glätten Butterfly Venenverweilkanüle, eine Form der Kanüle zur Infusion oder Blutentnahme Das Cholesterin Das Cholesterin In den Zellen vorkommende, für den Stoffwechsel wichtige organische Verbindung Die Cholicystectomie Operative Entfernung der Gallenblase Coxartitis Coxitis Coxitis Hüftgelenkentzündung Der Darm Intestinum crassum Dickdarm Plus Intestinum tenue Dünndarm Die Darmträgheit Obstipation Die Deformität Größere Abweichung der Gestalt des Körpers oder eines Körperteils vom üblichen Erscheinungsbild Dehnbar Elastisch Der Dekan Die Dekanin Leiter in einer Hochschulfakultät Der Dekubitus Das Wundliegen, Nekrose und Geschwürbildung bei längerer Bettliegrigkeit durch chronische Druckeinwirkung Die Demenz Demensche Das Deodorant Kosmetisches Mittel gegen Körpergeruch Die Diastole Die Diastole Rhythmische Erweiterung der Herzkammern, auf die Kontraktion oder Systole folgend Der Dickdarm Intestinum crassum Diffus Nicht klar abgegrenzt, verschwommen Die Drainage Ableitung von Flüssigkeit aus dem Körper Dumpf Dumpf E-Schmerzen Unklar Gedämpft Der Dünndarm Intestinum tenue Die Durchblutung Die hämodynamische Aktivität, der Blutfluss in den versorgenden Blutgefäßen eines Gefäßes Der Durchfall Diarrhoe Durchschlafen Durchschlafen Ohne Unterbrechung schlafen Das Duschgel Galletartiges, wasserreiches Kolloid zum Duschen Die Dyspnoe Atemnot, Kurzatmigkeit Die Dysurie Dysuria Schmerzhafte Mektion Eigenverantwortlich In eigener Verantwortung handeln Der Einlauf Das Glistir Das Einbringen einer größeren Flüssigkeitsmenge durch den After in den Darm zur Reinigung, künstlichen Ernährung und andere Einreiben Durchreiben etwas auf etwas, die Haut, auftragen Der Einstich Das Einstechen, mit einer Nadel, Stelle, an der eingestochen worden ist Die Einweisung Die Einlieferung eines Patienten Die Eisenmangelanämie Cytropnische Anämie, Enemia Oligosida Remica Der Alter Aus weißen Blutkörperchen, Zelltrümmern und Serum bestehendes entzündliches Exudat Eitrig Porulent Das EKG Elektrokardiogramm gleich diagnostischen Zwecken dient in die grafische Darstellung der Bewegung der Herzmuskelströme Die Emesis Erbrechen Die Endokrine Die Drüsen Drüsen mit innerer Sekretion Entzündungshemmend Die Entzündung verlangsamen, bremsen, erschweren Antipflugistisch Die Erbkrankheit Familiär gehäuft auftretende Krankheit Das Erbrechen Eine reflexartige Körperaktion, die zu einer Entleerung von Magen und Darminhalt führt Erbrechen Erbrechen Den Mageninhalt, durch den Mund entleeren, sich übergeben Erschlafen Schwach Schlaf werden Erschöpft Am Ende der Kräfte sein, vollkommen und anhaltend ermüdet Die Ersteckung Suffocatio Die Erstmanifestation Erstmaliges Erkennbarwerden einer zwischenzeitlich klinisch nicht wahrnehmbaren Krankheit Erdasten Durchfühlen wahrnehmen, erkennen Die examinierte Schwester Einen staatlichen Abschluss durch eine Prüfung haben Die Extension Ausdehnung Streckung Der Famulant Praktikant im Krankenhaus Die Fehlgeburt Abortus Femoral Den Oberschenkelknochen betreffend Das Ferment In lebenden Zellen gebildeter Stoff, der für bestimmte chemische Umwandlungen im Körper notwendig ist Olzen Fiebersenkend Die Körpertemperatur vermindern Die Filmtablette Tablette mit einem dünnen Überzug eines Polymers, kann Magensaftresistent sein Das Filtrat Durch Filtern geklärte, gereinigt Flüssigkeit Die Fingerkuppe, Fingerbeere Spitze, Ende des Fingers Der Fingernasenversuch Koordinationstest Die Fessur Spalte Riss Fleckig Mit Flecken versehen Beschmutzt Nicht sauber Der Flügel Teil eines zwei- oder mehrteiligen, symmetrischen, ganzen, zum Beispiel der linke Lungen Das Formular Vorgedrucktes amtliches Formblatt, für Angaben, Beantworten von Fragen und so weiter Die Fortpflanzung Die Vermehrung, die Erzeugung von Nachkommen Freimachen Den Körper zur ärztlichen Untersuchung entblößen gleich die Kleidung ausziehen Das Frotteetuch Hand, Badetuch aus Frottee gleich Gewebe mit gekräuselter, nicht glatter Oberfläche Füttern Einem, Kranken, Menschen oder einem Säugling oder Kind Essen in den Mund geben Die Galle Bilis, Fell Die Gallenblase Wesica, Felia oder Biliaris Der Die Gallengang Der Galletransportierendeweg Der Gallenblasengang Zystikus Die Gastroskopie Magenspiegelung Gebärmutter Uterus Die Gebärmutterhöhle Hohlraum der Gebärmutter Das Gebiss Gesamtheit der Zähne eines Menschen, eines Tieres Die Gefäße Meist Pural Röhrenförmiges Gebilde im Körper von Lebewesen in dem das Blut, Lymphe fließt Der Gefäßverschluss Verlegung des Lumens eines Gefäßes, zum Beispiel durch Embolie oder Thrombose Das Gehirn Bei Menschen und Wirbeltieren im Innern des Schädels gelegener wichtigster Teil des Zentralnervensystems, Cerebrum Die Gehirnerschütterung Commutio cerebri Das Gehirnwasser Gehirnrückenmarkflüssigkeit Liquor cerebrospinalis Das Gelenk Articulatio Der Gelenk Argus Hydatose Hydrops articularis Das Gesäß Die untere Fortsetzung des Rückens Netis Regioglutealis Die Geschmacksempfindung Die Wahrnehmung von Geschmack Die Geschmacksknospe Geschmacksorgan der Zunge Das Geschwür Entzündeter und Eiter in der Bereich der Haut oder Schleimhaut Die Gesichtslähmung Faciales Parese Die Gicht In Schüben verlaufende Erkrankung mit erhöhter Harnsäurekonzentration im Blut Das Gipsbett Ausgips modellierte Schale zur Ruhigstellung des Rumpfes, der Wirbelsäule oder Kopfes Das Gleichgewicht Das Gleichgewicht Ausgleich von Kräften Der Grätschsitz Das Sitzen mit seitwärts gespreizten Beinen Das Graubrot Aus Roggen und Weizenmehl hergestelltes Mischbrot Der Grimdarm Der Grimdarm Kolon Gurgeln Mit zurückgebogenem Kopf einen Schluck einer Flüssigkeit im Rachen in Bewegung bringen, den Rachenraum spülen Die Gürtelrose Herpes Zoster Habilitiert Habilitiert Berechtigt zum Lehren an der Universität Die Halsschlagader Arteria carotis Das Hamatom Blutagos Die Hämostasiologie Lehre von der Blutgerinnung Das Handgelenk Articulatio Manus Articulatio Capi Die Harnblase Vesica Urin Aria Der Harndrang Bewusst wahrgenommenes Bedürfnis, durch Miktion Urin abzulassen Die Harninkontinenz Unfähig krit, Harn in der Blase zurückzuhalten Die Harnröhre Uretria Die Hautfalte Vertiefte Vertiefte Unregelmäßig geformte Linie in der Haut Hauswirtschaftlich E-Arbeiten Arbeiten im Haushalt Die Hebamme Ausgebildete Geprüfte Geburtshelferin Heiser Rau Klanglos Stimme Hämmen Eine Bewegung verlangsamen Verzögern Zum Stillstand bringen Die Harnie Austritt von Eingeweiden aus der Bauchhöhle Der Herzbeutel Pericardium Die Herzbeuteltamponade Auffüllen des Herzbeutels mit Blut oder Exudat Der Herzinfarkt Myokardinfarkt Ami gleich akute Myokardial Infarction Das Herzkranzgefährs Arteria coronaria Geherzschrittmacher Implantiertes Gerät Durch elektrische Impulse werden die Herzkammern zu ausreichender rhythmischer Kontraktion gebracht Der Heuschnupfen Durch Pollenallergie ausgelöste Entzündung der Nasenschleimhaut und übergreifen auf die oberen Luftwege Hibbelig, umgangssprachlich, unruhig, nervös, ungeduldig Hochkrempeln Die Ärmel, Hosenbeine nach oben rollen Hochwertig Von großem Wert, sehr wertvoll Der Hohlraum Geschlossener, leerer Raum Die Hornhautentzündung Keratitis Die Hüfte Die Hüfte Körperregion zwischen dem oberen Teil des Oberschenkelknochens und dem oberen Rand des Beckens, einschließlich der Hüftgelenke, Coxa Das Hüftgelenk Arriculatio coxo femoralis oder Coxi Die Hysterektomie Operative Gebärmutterentfernung Impfen Impfstoff in JMDS Körperbringen, um Immunität gegen einen bestimmten Krankheitserreger zu erzeugen Das Inappetenz Appetitlosigkeit Appetitverlust Die Infektarthritis Akute Gelenkentzündung Die Infektion Übertragung von Krankheiten durch Krankheitserreger Infraklavikular Die Gegend unterhalb des Schlüsselbeins Klavikular Die Infusion Tropfenweises Einführen einer größeren Flüssigkeitsmenge in Gewebe oder Blutbahn des menschlichen Körpers Inguinal Leiste oder Leistengegend betreffend Die Inhalation Einatmen von heilkräftigen Dämpfen Die Insuffizienz Eingeschränkte Funktionsfähigkeit bzw. unzureichende Leistung einer Körperfunktion oder eines Organsystems Der Insulinschock Übersteigerte Insulindosis bei Diabetikern Ist chemisch Mangelhaft oder nicht durchblutet Die Isokarie Gleiche Pupillenweite beider Augen Die Irritation Reiz Erregung Der Juckreiz Pruritus Die Kanüle Hohlnödel an einer Injektionsspritze Das Kapillarblut Aus den Haargefäßen des Körpers gewonnenes Blut Kartoffelpüree Brei aus gekochten zerdrückten Kartoffeln und Milch Der Katheter Starres oder biegsames, Stab- oder röhrenförmiges Instrument aus Metall oder Plustik zur Einführung in Gefäße, Hohlorgane bzw. Hohlräume Der Kettenraucher Konsument von Tabakwaren, der nahezu unablässig raucht Der Keuchhusten Tussis Convulsiva Das Kittel Einem Mantel ähnliches Kleidungsstück, das bei der Arbeit über der Kleidung getragen wird Kitzeln Durch leichtes Berühren des Körpers einen Reflex, Lachen, Schreien, Zuckungen, Erzeugen Die Klaustrophobie Raumangst Das Klistier Einführung einer Flüssigkeitsmenge in den Mastdarm zur Entleerung des Darms bei Verstopfung, Vergleiche Einlauf Der Klopfschall Bei der Perkussion einer Körperpartie oder eines Gewebes auftretende Schwingungen, akustisch wahrnehmbar Das Kneckenbrot Knuspriges, hartes, leicht verdauliches, in flachen Scheiben gebackenes Vollkornbrot Kneten Etwas mit den Händen durch Drücken bearbeiten, die Bauchmuskeln Das Kniegelenk Articulatio Genus Die Kniekehle Fossa Publizia Knien Körperhaltung, bei der man die Unterschenkel anwinkelt und das Körpergewicht auf einem Knie oder beiden Knien ruht Die Kniescheibe Patella Der Knorpel Festes elastisches Bindegewebe, das das Skelett stützt Knorpelig, der Knorpel Mit Knorpeln versehen oder durchsetzt Die Kolik Kolika Intermittierende, krampfartige Schmerzen Die Choroskopie Darmspiegelung Komatös In tiefer Bewusstlosigkeit Das Kompott Mit Zucker gekochtes Obst Nachtisch Die Kompresse Warmer oder kalter feuchter Umschlag Konfluierend Zusammenfließend Zusammenlaufend Konsultieren Zu Rate ziehen Um Rat fragen Die Kontaktlinsen Die Kontaktlinsen Plural Haftschalen Gläser Als Brillenersatz dienende Dünne, durchsichtige Kunststoff oder Glasschalen mit Linsenschliff Kontaminiert Kontaminiert Verunreinigt Infiziert Die Kontinenz Fähigkeit, Urin oder Stuhlgang zurückzuhalten Die Kontraktion Zusammenziehen eines Muskels Die Kontraktur Dauerverkürzung eines Muskels mit daraus folgender Gelenkvielstellung Das Kontrastmittel Mittel zur Verbesserung der Darstellung von Strukturen und Funktionen des Körpers Krabbeln Mit raschen Bewegungen kriechen Kleinkind Der Krampf Unwillkürliche, zuweilen schmerzhafte Zusammenziehung der Muskeln Die Krampfader Varex Die Varice Der Kreislauf Blutzirkulation im Körper Blutkreislauf Der Krümel Ein sehr kleines von einem größeren Ganzen abgebrochenes unförmiges Stück Die Kurzsichtigkeit Mangelhafte Funktion des Auges Auf normale und weiterer Entfernung wird das Bild unklar GGS Weitsichtigkeit The Kyphose Rückwärtsgerichtete Krümmung der Wirbelsäule Label L Gesundheitszustand Schwankend Leicht Störbar Nicht Widerstandsfähig Die Lanzerte Kleines Stechinstrument, das als Hilfsmittel zur Kapillarblutgewinnung eingesetzt wird Die Läsion Verletzung, Wunde, Störung der Funktion eines Organs Die Leber Hepa Die Leiste Ingen Der Leistenbruch Hernia Inguinalis Das Leitsymptom Wichtigstes Zeichen einer Erkrankung Die Lendenwirbelsäule Lendenabschnitt der Wirbelsäule, der oberhalb des Kreuzbeines liegt Die Liege Gepolstertes Möbelstück zum Liegen ohne Rückenlehne Levit Blass Blassbläulich, bläulich verfärbt Die Logopädie Wissenschaft von den Sprachstörungen und ihren Heilungen Die Laudose Nach vorn gerichtete Krümmung der Hals- und Lendenwirbelsäule Die Lunge Pulmo Die Lungenentzündung Pneumonie Leukämie Der Lungenkrebs Bronchialkarzinom Lutschen In den Mund stecken und daran saugen, im Mund zergehen lassen Die Lymphe Gewebsflüssigkeit Der Lymphknoten Nodus Lymphoideus Die Lymphoblastische Leukämie Unterform der akuten myeloischen Leukämie Das Magengeschwür Ulcus Ventriculi Magenschleimhautentzündung Gastritis Manuell Mit der Hand ausgeführt Die Mattigkeit Müdigkeit Erschöpfung Kraftlosigkeit Mäseriert Aufgequollen Aufgeweicht Die Medioklavikularlinie Linie Mediaclavicularis Der Meniskus Nicht geschlossener Ring aus sichelartigen Knorpelstücken im Kniegelenk Das Menü Festgelegte Speisenfolge Essen mit mehreren Gängen Metacarpophalangeal Gelenke Artikulationes Metacarpophalange Gelenke zwischen Mittelhand und Fingern Die Messlatte Langer hölzener oder metallener Messstab, zur Größenmessung Die Melz Spleen, Lien Miosis Pupillenverengung Die MTA Abkürzung medizinisch-technische Assistentin Die Mullbinde Verbandsbinde aus Mull Der Mumps Parotitis Epidemica Der Mutterkuchen Placenta Der Mutterleib Mütterlicher Leib als Ort der Entwicklung des Embryos Das Muttermal Nevos Mydriasis Pupillenvergrößerung Nachvollziehen Sich in die Gedanken oder Vorstellungen eines anderen hineinzuversetzen und es verstehen Die Naht Wiedervereinigung von Geweben nach traumatischer oder operativer Durchtrennung Die Narbe Cicatrix Die Nasennebenhöhle Sinus Paranasales Nausea Übelkeit, Brechreiz Die Nekrose Lokaler Zell- oder Gewebstot im lebenden Organismus Die Nichte Tochter der Schwester, des Bruders, der Schwägerin, des Schwagers Die Niere Rehen Nierenentzündung Glomerulonephritis Normosom Von normalem Körperwuchs Die Notaufnahme Stelle im Krankenhaus zur Akutversorgung in Notfällen Nüchtern Ohne gegessen und getrunken zu haben Nektorie Vermehrtes nächtliches Wasserlassen Der Oberbauch Epigastrium Der Oberschenkel Femur Die Oberschenkelhalsfraktur Schenkelhalsfraktur Femurhalsfraktur Der Objektträger Kleine Glasplatte, auf die das im Mikroskop zur untersuchende Präparat Objekt, gelegt wird Das Ödem Edema, Wasseransammlung im Gewebe Ödematös, im Unterhautzellgewebe durch Wasseransammlung aufgeweicht Die Ohnmacht Eine kurz anhaltende Bewusstseinsstörung verursacht durch einen vorübergehenden Sauerstoffmangel Das Ohrensausen Klingendes oder Sausendes Geräusch im Ohr Das Ohrläppchen Aus fleischigem Gewebe bestehen der Zipfel am unteren Rand der Ohrmuschel Okkultes Blut Verborgen, verstärkt OP Abkürzung, Operation, Operationszahl Die Ordination Ärztliche Verordnung Die Osteoporose Knochenschwund, Allerserscheinung der Knochen Die Orthopnoe Im Liegen auftretende sehr starke Atemnot Paarig Paarweise angeordnet, doppelt vorhanden Pancreatitis Bauchspeicheldrüsenentzündung Der Parameter Konstante, von der die Funktion usw. abhängt und sich die Gestalt der Funktion verändert Die Paralyse Nicht schmerzhafte Empfindung im Versorgungsgebiet eines Hautnervs, z.B. Kribbeln, Jucken, Kältegefühl Die Parese Schwäche eines Muskels oder einer Muskelgruppe Die Patientenverfügung Eine schriftliche Verfügung im Voraus durch eine Person für den Fall, dass diese ihren Willen nicht mehr wirksam erklären kann, besonders im Zusammenhang mit der Verweigerung lebensverlängerender medizinischer Maßnahmen Perianal In der Umgebung des Afters Die Perücke Nachbildung des Kopfhaares aus künstlichem oder natürlichem Haar zum Aufsetzen Das Pflaster Heilmittel aus klebend gemachtem, sterilem, antiseptischem Stoff zum Bedecken von Wunden oder Befestigen von Verbänden Die Pflegekraft Angehörige R des mittleren medizinischen Personals Phangitis Rachenschleimhautentzündung Physiologisch Zu den Lebensvorgängen gehörend Der Pickel Kleine Erhebung auf der Haut Der Pinsel Werkzeug mit Griff und Borsten zum Auftragen von Flüssigkeit Die Platzwunde Wulnus-Lazero-Kontusum Riss-Quetschwunde Das Polytrauma Kombination mehrerer lebensbedrohlicher Verletzungen Die Prämedikation Verabreichung von Medikamenten, Beruhigungs- und Schmerzlindernde Mittel, zur Vorbereitung eines operativen Eingriffs Progredient Fortschreitend, zunehmend Die Prophylaxe Gesamtheit der Maßnahmen, die dazu dienen, eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes durch Krankheiten oder auch Unfälle zu verhindern Die Prostata-Hyperplasie Gutartige Vergrößerung der Prostata, meist mit Mektionsbeschwerden Die Prothese Künstliche fehlende Glieder oder Organteile Der Puls Durch rhythmische Zusammenziehungen des Herzens erzeugter leichter, fühlbarer Schlag der Arterien Die Pulsation Prozess zwischen Ausdehnen und Zusammenziehen Die Punktion Einstechen in einen Hohlraum des Körpers, um diagnostisches Material zu gewinnen Pürieren Etwas zu Brei machen Die Pustel Pustula Eiterbläschen Bügnisch Untersetzt Stämmig Die Querlage Geburtshilfliche Lage Anomalie des Kindes im Mutterleib Die Quetschung Durch Druck entstandene Verletzung Der Rachen Fahrungs Das Rasselgeräusch Bronchi Über der Lunge auskultierbare rhythmisch schwankende Geräusche Ursprung in den Bronchien Die Regelblutung Die periodische Blutung aus dem Endometrium der Gebärmutter Der Reiz Etwas, was von außen auf den Organismus, das heißt seine Organe, Gewebe und Zellen, einwirkt Der Reizhusten Anhaltender Hustenanfall Die Reizung Tätigkeit des Reizens Der Reflex Unwillkürliche, rasche Reaktion des Körpers auf einen Reiz Die Refluxösophagitis Entzündung der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft Rektal Zum Mastdarm gehörend, durch den Mastdarm Resorbieren Bestimmte Stoffe aufnehmen, aufsaugen Die Reta-Tablette Tablette mit einer verlangsamten Freisetzung der Wirkstoffe Das Rezept Schriftliche Anweisung eines Arztes an einen Apotheker zur Herstellung und Abgabe eines Arzneimittels Der Rezeptor Organ zur Aufnahme von chemischen, mechanischen, thermischen und Lichtsinnesreizen Das Riechfeld Gebieten mit Riechzellen an der oberen Nasenmuschel und der Nasenscheidewand in jeder Nasenhälfte Die Rippe Koster Das Röhrchen Kleines, dünnes, an einem Ende offenes Rohr Der Rollhügel Trochanter Die Röteln Plural Rubella Das Rückenmark Innerhalb des kanalartigen Hohlraumes zwischen erster und zweiter Lendenwirbel liegender Teil der Zentralnervensystems Der Rumpf Körper ohne Kopf und Gliedmaßen Rupturiert Gebrochen, gerissen Der Säugling Kind, das durch Stillen an der Mutterbrust oder Flaschen Nahrung ernährt wird Der Schädel Knochengerüst des Kopfes, Cranium Die Scheide Vagina Das Schienbein Tibia Die Schilddrüse Glandula thyroidea Die Schilddrüsenüberfunktion Hyperthyreose Der Schlaganfall Apoplexia cerebri Der Schlauch Flexible Leitung, um feste, flüssige oder gasförmige Stoffe zu transportieren Der Schleim Mucus Die Schleimhaut Hautschicht innerer Organe Die Schleim Wässrig aussehende Flüssigkeit von Drüsen und Zellen Absondert Tunica Mucosa Schlucken Nahrung oder Medikament vom Mund in den Magen gelangen lassen Die Schmerzlinderung Verringerung, Milderung des Schmerzes Schmerzstillend Analgetisch Nach Luft Schnappen Mit offenem Mund keuchend atmen Der Schnupfen Erkältungskrankheit mit Entzündung der Nasenschleimhaut und Absonderung einer schleimigen Flüssigkeit Der Schock Durch mangelhafte Sauerstoffversorgung, Hypoxie, von Gewebencharakter Sisiates klinisches Syndrom, ein lebensbedrohlicher Zustand Die Schonhaltung Spontane unnatürliche Körperhaltung, um Schmerzen zu vermeiden Schorfig Mit eingetrocknetem, verkrustetem Wundsekret bedeckt Das Schulterblatt Skapula Der Schultergürtel Von beiden Schulterblättern und Schlüsselbeinen gebildeter Teil des Skeletts Die Schuppenflechte Psoriasis Der Schüttelfrost Febris undularis Schwammig Weich Aufgedunsen Schwanger Sein Die Geburt eines Kindes erwartend, in anderen Umständen sein Schwankend Von einem mittleren Wert abweichend Die Schweigepflicht Pflicht zur Verschwiegenheit, Verbot, Privatgeheimnisse zu offenbaren Der Schweiß Sudor Der Schweißausbruch Plötzliches übermäßiges Schwitzen Hyperhidrose Der Schwindel Vertigo Die Schwellung Größenzunahme eines Körpergewebes oder Orgens, zum Beispiel bei Entzündungen oder bösartigen Neubildungen, Tuomor Sektiocesaria Sektiocesaria Kaiserschnitt Das Sedativum Beruhigungsmittel Die Sehne Weiße, derbe strafe Fasern, die den Ansatz eines Muskels mit einem Knochen verbinden Die Sehnenscheidenentzündung Entzündung der Sehnenscheide nach Überanstrengung oder Sehnenzerrung Die Sinnesorgane Plural Haut, Auge, Ohr, Nase, Mund Skelet Knochengerüst Die Skoliose Seit Abweichung der Wirbelsäule von der Längsachse Das Sodbrennen Pyrosis Brennendes Gefühl in der Speiseröhre und der Magengrube durch gastroösofagialen Reflux von Mageninhalt Somnilend Bewusstseins eingetrübt Die Sonde Stabförmiges oder schlauchförmiges Instrument zum Austasten von Körperhöhlen oder Gängen oder zum Einbringen oder Entnehmen von Flüssigkeiten Soporös Schwere Bewusstseinseintrübung Der Spatel Schmaler, flacher Stab zum Aufstreichen von Salbe, zum Herunterdrücken der Zunge bei Halsuntersuchungen Die Speicheldrüsen Plural Glanduläse Laivarien Die Speichenschlagader Arteria radialis Die Speiseröhre Ösophagus Das Sperma Samenflüssigkeit von Mensch und Tier Das Spermium Plural Spermien Samenfaden Samenzelle Männliche Geschlechtszelle Der Sphinctertonus Spannungszustand eines Schließmuskels Der Spinalnerv Nerv des Rückenmarks Sprühen Viele kleine, fein verteilte Tröpfchen, in zerstäubter Form etwas an eine bestimmte Stelle bringen Spucken Speichel mit Druck aus dem Mund ausstoßen Stauen Stauen Durch Behinderung zum Stehen kommen, sich ansammeln, zum Beispiel das Blut hat sich im Herzen gestaut Stechen Einen spitzen Gegenstand in die Oberfläche von etwas, jemanden drücken, stoßen Stechend E-Schmerzen Wie Stiche wirkende Schmerzen, zum Beispiel in der Brust Steril Keimfrei Die ST-Hebungen Anhebung der ST-Strecke über die isolektrische Linie, EKG-Infarktzeichen Stillen Ernährung des Kindes aus der Brust der Mutter oder Ärmel Die Stirn Frons Der Stoffwechsel Gesamtheit der chemischen Umwandlung, denen körpereigene Stoffe und Nährstoffe unterworfen sind Stolpern Beim Gehen oder Laufen an eine Unebenheit stoßen, dadurch den Halt verlieren und möglicherweise fallen Der Stoma-Beutel Beutel für Kot bei einem künstlichen After, bei einer Operation Straf Sehr fest Das Streckbett Zug- oder Druckvorrichtung, durch die der Körper in bestimmter Richtung gehalten wird, zum Beispiel bei Verkrümmungen Strecken Etwas, besonders ein gebeugtes Glied des Körpers, in eine gerade Haltung bringen Der Stress Belastung, die der Körper durch zu lang dauernde oder unangemessene Reize und schädigende Einflüsse erhält Streuen Werfen oder fallen lassen und über eine Fläche verteilen Der Stuhl Kurzform für Stuhlgang Der Stuhlgang Ausscheidung von Kot Die Stütze Gegenstand Pfahl, Pfosten, Balken, der eine Sache, jemanden Halt gibt Subkutan Unter der Haut befindlich, unter die Haut verabreicht Der Solkus Furche, Rinne Die Suspension Schwebende Aufhängung Die Systole Zusammenziehung des Herzmuskels Das Taubheitsgefühl Hypesthesie durch mangelnde Durchblutung oder Nervenschädigung Der Teerstuhl Melena Therapie Heilbehandlung Krankenbehandlung Thrombose Eine Gefäßerkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel, Thrombos, in einem Gefäß bildet Die Toilettenartikel Plural, Artikel, die zur Körperpflege gehören Die Tonselektomie Operative Mandelentfernung Die Traktion Zug, ziehen Tränken Etwas, sich mit einer Flüssigkeit vollsaugen lassen Das Trommelfell Membranadympanica Mührings Die Tropen Plural Klimazone auf beiden Seiten des Äquators Der Tropf Medizinisches Gerät zur Verabreichung einer Infusion Der Topfer Wattebausch zum Abwischen von Blut- oder Eitertropfen TVT Tiefe Venenthrombose Die Übelkeit Nausea Übergewichtig Ein hohes Körpergewicht in Relation zur Körpergröße Die Überweisung Schriftliche Benachrichtigung bei Weiterleitung eines Kranken zu einem Facharzt zur weiteren Behandlung Ulcus cruris Unterschenkelgeschwür Der Umkleideschrank Schrank mit Kleidung zum Umziehen Der Unterschenkel Groß Die Varikosis Ausgedehnte Krampfader-Ausbildung Die Vase Gefäß, aus Ton, Porzellan oder Glas, für Schnittblumen Vegetativ Das autonome Nervensystem betreffend Die Venenentzündung Phlebitis Der Verdacht auf Vermutung Annahme Die Verfärbung Das Annehmen einer anderen Farbe Die Venenthrombose Phlebothrombose Verordnen Bestimmen, dass jemand etwas einnimmt oder tut Arterieller Gefäßverschluss Systemerkrankung Verschluss Systemerkrankung der Arterien Verursacht durch atherosklerotische Einennung der Gefäße Verschränken, Arme Kreuzweise legen oder stellen Verschreiben Ein Rezept ausstellen Die Verspannung Unnatürlicher Zustand der Rückenmuskeln Vesikulär Die Hautbläschen betreffend Der Visus Sehschärfe, Sehstärke Die Viszeralchirurgie Chirurgie der Eingeweide Die Verstopfung Obstipation Verwertbar Kann noch genutzt werden Die Verwirrheit Von eingeschränkter Orientierung gekennzeichnete Form der Denkstörung oft durch hirnorganische Veränderungen verursacht Das Viertele Umgangssprachlich Glas Wein Die Visite Krankenbesuch Zwecksuntersuchung Das Völlegefühl Drückendes, unangenehmes Gefühl Eines übervollen Magens Der Wadenkrampf Krampf in der Wade Musculus gastrocnemius und am Fuß Walken Etwas durchkneten, drücken bearbeiten Die Wandung Hülle, die einen Hohlraum flächenförmig umschließt Das Wasser lassen Harn oder Urin ausscheiden Die Weitsichtigkeit Störung des Sehvermögens Nahgelegene Gegenstände werden nicht scharf erkannt Vergleiche Kurzsichtigkeit Widerstandsfähig Fähig, um Gegenwehr, Abwehr zu leisten zum Beispiel gegen Krankheitserreger Die Wirbelsäule Columna vertebralis Wölben Sich Sich in einem Bogen spannen Sich krümmen Die Wucherung Zunahme des Gewebsvolumens Das Wundsekret Abgesonderte Flüssigkeit einer Wunde Der Wurmfortsatz Appendixvermiformis Das X-Chromosom Chromosom Gleichträger der Erbanlagen Bestimmt beim Vorkommen in Samenzellen, dass das gezeugte Kind weiblich ist Das Y-Chromosom Chromosom Gleichträger der Erbanlagen, bestimmt beim Vorkommen in Samenzellen, dass das gezeugte Kind männlich ist Zerknittert In ungleichmäßige Falten gedrückt, zerdrückt Zervikal Zum Hals oder Halsteil eines Organs gehörend Die Zunge Lingua Das Zwerchfell Muskelplatte Die Bauchhülle und Brustraum voneinander trennt Diaphragma Die Zyste Flüssigkeitsgefüllter Hohlraum Küstes Die Zystoskopie Blasenspiegelung